Gute Morgen zusammen und willkommen zurück zu meinem Channel. Ich begrüsse euch aus Lullo, den Norden von Schweden und ich bin da mit Toyota, um den neuen RAV4 zu testen. Aber es geht gar nicht nur ums Auto. Hi Megan! Ich habe ein wenig von Megan mit dabei. Und wie ihr hier seht, sehen wir alle nicht so aus, wie es normalerweise aussieht. Weil unser Tag heute, wir sind gestern ganz entspannt angefangen, schönes Nacht gegessen und unser Tag heute beginnt mit Unterschlitten. Ich weiß nicht, ob ich die Fahrzeuge mache, kann ich nur das ganze Zeit machen? Ich weiß nicht, ob ich die Fahrzeuge mache, kann ich nur das ganze Zeit machen? Ja, weil es full of Schnee und Eis ist, wir können nicht den normalen Navigator benutzen. Ja, das stimmt. Weil sonst sie sagen, du bist in der Ozean. Oh ja, und dann wird es confused. Ja. So schön, die zwei wieder in der Fahrzeuge. Ja. Es geht sehr regelmäßig jetzt. Ist es zu viel? Nein, es kann nicht zu viel sein. Es kann mit dir jeden Tag sein. Ja. So safety first, now we need to test the brakes. That was a very, very, very sweet brake. No, but it's like not slippery. So we're driving today the Toyota RAV4 GR Sport. We have an hybrid version here. Yes. There's a plug-in version also that exists. So the hybrid one is a four-cylinder, 2.5, 222 horsepower. Exactly. And if you would get the plug-in hybrid, it actually has a combined power of 306. So it's actually much more powerful than this one. Maybe we could test it, we don't know yet. We just started the day. Yeah. Who knows what's coming? And we are like really driving on more or less ice, gravel, snow. So it's the perfect condition to test the four-wheel drive also. And it's really cold. I'm sure it's going to be interesting to drive the car in those conditions. For sure. So the car is super comfortable. I have my heated seats. I don't need it. Which I am super happy with. Because I don't have one in my own car, in private car. So as soon as I have some, I'm so happy. You turn it on. Yeah. So now it feels super comfortable, very elegant. Everything is in black. So of course we love it. Yes. Because it's super elegant, super comfortable and, I mean, it's super nice. Yeah. I agree with you, it's elegant, it's nice, it's simple. But I don't like the reason why they did that. So when they gave us all the information and so on about the car, they said the car is very basic on the inside because they don't want the people to be distracted. They want people to focus on the driving. Which at some point, the reason is a good reason also. Because, you know, in those days now we see so many cars that are like... With the lights and everything, yeah. You get distracted from everything. So at some point I understand the way they want to do that. But nonetheless, this car in Switzerland, I need to check the exact number or we put it in writing, but I think it's 68,000 Swiss francs. That's a lot of money. Yeah. That's not a cheap car. And then if you have, I'm saying price-wise, a cheap car, an expensive car, you don't want to cheap... Yeah. You want to be able to kind of explore it. So maybe that's, in my opinion, that's a little bit limited. On the other side it's a Japanese car and we know how good the Japanese are in terms of engine and in terms of technique. Yes. So at some point you pay also the price because of the technology and the... How do you say fiabilité? Fiabilité... That you can rely on it. Reliability. Yeah, yeah, exactly. But it's super comfortable, huh? Huh? It... I said it's super comfortable! I'm like hanging outside of the window with like minus 10 degrees. Yeah, it's very comfortable. No, but the car is super comfortable. No, it really is. Super quiet green car. It's super comfortable. We're jumping everywhere. I feel like on a rollercoaster, I'm gonna vomit very soon. How does it look, woman? Very good! Great! I'm super happy with that. I'm fucking cold, but... You are fucking cold, are you kidding me? Are you cold? Are you okay? Yes, I'm crying a little bit. Oh my god! This is not cold, this is like freezing ice. My god! Did you... Can you use them? Yeah, it's fine, it's okay. Because now it's warm again. I know. I think I feel better. You want a cinnamon or else? I already have one. Cheers! Cheers! So, we made a quick cinnamon pause. And I had to go in quickly. It was so cold. I made for you Drohnen-Aufnahmen. And my hands were crazy. But it's not too cold. I'm not too cold. Now we're going back to the car. Hey, for you, who have already looked at the video, it's a bit weird, to have a language the whole time. I've completely conscious of that video into.. Yeah, I'm definitely going back to the car I started off Swiss and Deutsch. And then I discovered that I just met a mag as a fan. But hey, I'm trusting your Swiss speakers in Swiss and Deutsch. That you've already understood that you've already got English and cleared. That it's already understood. You know what, you're sure. Alright, boom. Watch out, there's hardly any accident. Because we're the last one again. Let's see. Okay, we're back in the car. Carla, are you driving? Yes. Are you happy? Yes, I'm cold. So, wie fühlst du in der Auto? Gut! Ich meine, es ist nichts exagerativer. Es ist sehr calm und einfach. Und ich denke, das ist die positive Sache mit diesem Auto. Es ist ein sehr einfaches Fahrrad. Es hat nichts zu tun. Es hat all die Sicherheit. Es hat all die Komfort. Es ist wie, wenn du in der Auto in die Auto kommst, und du denkst, okay, ich weiß, was zu tun. Ich fühle mich gut. Ja. Das ist eine sehr schöne Sache. Wir sprechen nicht sportlich, wir sprechen nicht extrem oder extravagant. Und es ist einfach einfach und einfach. Und es ist sehr gut. Das Erlebnis hier ist so großartig. Ich stehe auf dem Meer. Auf dem Meer, okay? Ich habe weit und breit nichts. Und es ist so cool geregelt. Es hat die Polen hier. Hier. Und hier. Und zwischen denen dürfen wir uns frei bewegen. Schaut euch die Weite an. Es ist absolut unglaublich. Es ist so verdammt schön. Noch ganz schnell zum Äusseren von dem RAV4 GR Sport. Was mir besonders gut gefällt bei dem Auto, sind die Akzente, die sie aussen hinzugefügt haben. Und das ist auch wirklich das, was eigentlich den grössten Unterschied macht zum Vormodell. Es hat die ganzen eckigen Details im Hinterbereich. Von hinten sieht das Auto absolut fantastisch aus. Es ist meine Lieblingssicht von hinten. Das sind die ganzen schwarzen Details eigentlich am Auto. Jetzt nicht am Fotoshooting machen. Die das Auto so hervorhebt. Und wirklich zu einem sehr, sehr schönen SUV macht. Wenn er mich fragt. Wir sind beim Lunge das Boden angekommen. Und es ist so herzig da. Letzter Schritt. Wir sind uns am Umziehen. Wir haben wieder unsere coole Mäntelchen an. Oder Anzeige besser gesagt. Jetzt haben wir noch eine richtig, richtig coole Aufgabe. Wir gehen auf Schneemobile fahren. Last one on the schedule. Und dann sind wir nachher beim zweiten Hotel von diesem Ausflug. Und dann gibt es es nachher. Ich freue mich recht. Ich habe keine Ahnung wie wir es filmen können. Die GoPros überleben die Kälte nicht. Meine zwei Batterien sind gestorben nach ungefähr je einer Minute. Von daher mal schauen. Vielleicht kann ich mit dem Handy etwas verstehen. Das ist lässig. Aber arschkalt. Die Wärmstattze kann man dann nicht verkaufen die Aktion. Ja, gut. Oh, fein. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Das ist wie schön es ist. Ich liebe es. Diese Hotels mit Cabins. Oh, das ist schön. Schau an das. Hold on. Ich klick left. Ich habe zu klassen. Oh. Hey, don't go inside. We have your shoes. Es wird... Es wird wett. Oh, und unsere Sootcases sind hier. Perfect organisation. Nice. Ich bin mit Meg. Aber es gibt keine Leiter und keinen Fremd Komet. Das sollte auf uns sein. Be patient. Aber du willst zu beden weiter. Ich bin absoluten tired. Es ist heute hier. Aber wir werden ein bisschen länger warten. Mal sehen, ob wir etwas sehen können. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher.